DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Asculta si Repeta Applikatia de Candidatura Die Bewerbung Am Applikat pentru Post Ich habe mich auf die Stelle beworben. Scrisoara de Intensie Das Anschreiben Curriculum Vita Der Lebenslauf Fotografia de CV Das Bewerbungsfoto Scrisoara de Referință Das Arbeitszeugnis Certificatul de Limbă Das Sprachzertificat Annunzul de Engajare Die Stellenanzeige Interviewul Das Vorstellungsgespräch Respingere Die Absage Am primit o respingere Ich habe eine Absage bekommen. Acceptarea Die Zusage Am primit job-ul. Ich habe den job. Stagiul de practică Das practicum Departamentul de Resurse Umane Die Personalabteilung Semnez contractul de muncă Ich unterschreibe den Arbeitsvertrag www.dw.com Slash Deutsch-Trainer Undă Der Untertitelung des ZDF, 2020